und willkommen zu einer weiteren folge lego star wars das erfahrende macht android und mir gucken mal was mir heute ist ansage finden so jetzt habe ich aber hier erste noch was verkaufe möchten nämlich hier die sternchen herzchen generiere nie mal außer poste beschluss auf niema so unsere aufgabe sind besiege drei stupt mit dem geschütz oder der bombe beendet entdeckungsabschnitt am raumhafen ohne besiegt zu werden alles klar das machen wir jetzt auf jeden fall und was mir alles nicht verpassen dürfe das seht ihr euch so genau und hier wird geschlossen ist das machen wir das hier auch gut ich habe mich schon mal hier aufgeschaut und ich bin jetzt tot und wir wagen weg gut das war die erste aufgabe leider wird es nicht angezeigt wenn wir das schon geschafft habe ich musste ja die leffen noch mal neu spiele da habe ich das ausgesinnt schon mal geschafft nächste aufgabe die folge ich hier bis weg zu sprechen und nun damit ein minikit einzusammeln und da gibt es noch diese zwei und dann nehmen wir hier noch die 1000 und da haben wir jetzt münze mal 2 und münze mal 4 haben müsste mir münze mal 8 bekommen nicht mal 6 so ein letztes mal wie wir das bautet machen 2 mal 4 sind 8 falls ihr das nicht rechnen kann ich so dann machen wir das jetzt hier noch ab und dann schicken wir das einfach mal rein auf jeden fall ist das ziemlich gut ein buch der kann nicht macht einsätze er hatte lichtschwert und noch eine hübsche blasterpistole die sieht nicht so doof aus wie man kann ja nicht jetzt fällt mir gerade eine frage auf und wie ist daraus die clown die aus video spielt hat auf dem park mein eigener blaster auch nur der von dem selbst lieben selbst denn hier bin die Diese ganz normalen klassischen Ego-Stücke und jetzt habe ich hier diese spezielle Zauberstücke, diese Diagentformen, die halt vorher wie Musik anführt. Och man, wie spricht man das aus? Jetzt weiß ich nicht mehr, wie man das ausspricht. Egal. So, dann machen wir jetzt einfach wieder weiter, bis ich wieder sprechen kann normal. So, dann haben wir einfach die ganzen Leute aufgehauen, und dort über vom Reiser, der jetzt auch nicht hast, in Raffa, da gibt es nur offizielle Nägel, und ja, dann haben wir hier die Ehe drauf, die Krämer sind, und dann teilen wir hier auch schon wieder. Und somit haben wir alle Gegenstände gesammelt. Ein Minikit, Steinchen gesammelt, das ist jetzt nur von meinem Wiederhole, weil ich muss zweimal machen, alle Gegenstände, und hier das zweite Minikit, und Ankerplatt. Eine Google Play-Aufgabe machen wir extra, weil da ist ja eine Aufgabe, dass wir mit dem Ankerplatt auf dem Milenium falten. Möge die Macht mit euch sein. Ciao. Möge die Macht mit euch sein. Möge die Macht mit euch sein. Vielen Dank.